Und herzlich willkommen zu mich hier, der GONIS WhatsApp Party. Ich bin Lydia, ich bin 38, wohne in Lammholzfeld, gleich bei der Plus-City, mit meinen zwei Kindern, der Emilia ist neun, der Luque ist drei und mit meinem Mann. Wir sind generell eine sehr kreative Familie. Bei GONIS bin ich seit fünf Jahren, seit eineinhalb Jahren bin ich Top-Teamleiterin vom Team Seifenblasen. Und es macht mir total viel Spaß, wir sind derzeit zwölf Beraterinnen im Team. Und ich freue mich natürlich immer, wenn irgendwer neu dazukommt, also wenn es heute, wenn es mir viel gefällt. Und ihr wollt wissen, wie das genau bei uns im Team ist und bei GONIS, dann informiere ich euch natürlich viel gern unverbindlich. Es gibt je Saison einen Start und es ist richtig cool. Ihr kriegt dort unsere Saisonprodukte und unsere Bestseller auf jeden Fall im Startpaket dazu. Aber wenn das ja genau ist, will ich eben einfach melden. Außerdem geht es natürlich um Michi, weil ihr wollt ja sicher wissen, dass ihr mit Michi vom Gastgeber sein profitiert. Ab 350 Euro und einer Weiterbuchung kriegt Michi 22% vom Umsatz. Das heißt, bei 450 Euro Partyumsatz hat schon ein Umsatz von einer kriegt schon ein paar Gratisprodukte für 100 Euro. Außerdem kannst du jetzt noch aus dem Exklusiv-Sortiment shoppen. Das heißt, Michi, wenn du jetzt eine Weiterbuchung hast, kannst du eins von den Exklusiv-Produkten shoppen von deinem Freivolumen. Genau. Alles, was darunter ist oder ohne Weiterbuchung sind 15% vom Umsatz. Außerdem jetzt im Dezember kriegst du nur ein Extrageschenk. Das schicke ich euch dann nachher. Das sind drei ganz tolle Systeme. Ein Vogel, eine Feder und eine Pustelblume. Voll lieb sind die. Und, genau, ein Halbpreis-Produkt gibt es bei zwei Weiterbuchungen. Und, genau, also ich darf mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch nächstes Jahr wieder inspirieren darf und wenn jemand von euch weiterbucht. Außerdem geht es um unsere Produkte. Unsere Produkte sind ja oft sehr vielseitig und ihr könnt mit einem Produkt ganz viel machen. Sie sind schadstofffrei und frei von kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffen, was man natürlich auch voll taugt, weil gerade wenn man mit Kindern passt, das ist natürlich super, wenn man da nicht irgendwelche giftigen Sachen auf die Hände hat. Also, auch für mich selbst finde ich es voll super, weil ich bin eine, die bastelt ganz viel mit den Fingern. Und, genau, also da ist das einfach wichtig für mich. Ich freue mich voll, dass ich euch heute inspirieren darf. Ihr habt, also bitte sagt mir bis Sonntag auf die Nacht Bescheid, ob ihr mitbestellen wollt und was bestellen wollt. Die Videos sind sowieso in der Gruppe, könnt ihr es euch anschauen. Auch nachher, wenn die Sachen kommen, könnt ihr es euch nochmal anschauen, zum Nachbasteln oder zu inspirieren lassen. Ihr könnt es mir während der Party und auch danach jederzeit voll gern Fragen stellen. Natürlich bin ich für euch da. Und, genau, bis Sonntag bitte einfach die Bestellung an mich per WhatsApp senden oder einfach auch bitte Bescheid sagen, falls ihr nicht mitbestellen würdet. Nur, damit wir es uns richten können, ich möchte die Bestellung nämlich auf jeden Fall am Sonntagabend noch eingeben, damit am Montag das schon im System drinnen ist und am Dienstag die Bestellung noch verschickt wird, weil das werden ja vielleicht Weihnachtsgeschenke noch gebastelt oder vielleicht sind einfach Weihnachtsgeschenke auch dabei. Und da ist natürlich wichtig, dass die noch rechtzeitig ankommen. Genau, also, ich wünsche euch jetzt ganz eine kreative Zeit, viel Input und viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bei einer Weiterbuchung wieder einmal. Tschüss!